Ich werde das Spiel auf jeden Fall mehrfach durchspielen. Mehrere Wege ausprobieren. Das war doch jetzt schon großartig. Wahrscheinlich hätten wir bei der Polizei was anderes gemacht hätten und schon irgendwie Geld kriegen können. Wir hätten jetzt hier bei der Übernachtung was besser gehabt. Das gibt es wahrscheinlich. Ich muss da hingeben, bestätigen. Ja? Und irgendwas sagt mir, wir werden sie wiedersehen. Definitiv werden wir sie wiedersehen. Du hast schon kennengelernt. Oh, okay. Der Flayer, der für Senator und Floris bei der vorstehenden Präsidentschaft 2 am 9. September bewirbt. Das ist klar. Ich wollte noch ein bisschen Musik spielen. Ja, jeder kommt mit einem großen Erinnerungen. Geh eine, wenn du willst. Die Kinder brauchen zu gehen. Nice. Es ist der Wund. Ja. 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 Ich habe keine Wahl. Es ist sicher. Die meisten der Zeit. Aber nicht oft. Ich kann es sicher nicht so fühlen. Ich kann es nicht so fühlen. Oh dear. Ja, Herr. Und ich weiß, dass ich ein paar Gelegenheiten auszutauschen, die 99% der Geist. Ich mache nur ein paar davon und... Nicht so lange du hier einschläfst. Ich habe nicht alle meine Finger. Aber du bist in guten Händen. Naja. Das kann ja nur losgehen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, wir haben es gemacht. Aber... Du musst diese Fahrzeuge irgendwo schnell kommen. Du musst wirklich mal... ... Okay, ich bin... Die sind stehlen, äh noch, noch sind, wenn ich empfungern. Kann man nicht fragen. Stehlen will ich es echt nicht. Nicht so lange noch eine Möglichkeit haben. Ok, und was tun wir jetzt hier? Ein Bild von einer schönen, dunkelhaarigen Frau. Bokane, Jungblood. Beautiful, ist nicht sie? Gibt es das zurück? Das ist ein wirklich wertvolles Objekt. Kann ich mir sagen, aber Bokane ist noch nicht mit uns. Das tut mir schlägt. Jetzt brauche ich wirklich diesen Trink. Oh mein Vitamin. Ginseng, Gurke, Kaffeebogen. Gib alle Zutaten zu einem Shaker. Kurz und kräftig schütteln für meinen großen Jay. Und nicht in diesen langen Nächten Bach zu öffnen. Dein Schatz, Cody. Cucumber should be up top. Hätten weil er nicht hinten hervorreichen können. Es ist grün und gesund. Auf jeden Fall kein Bürger. Ach, wie ich solche Spiele hasse. Ich habe hier Bohnen. Vielleicht können wir ihm helfen. Vielleicht können wir ihm helfen. Vielleicht können wir ihm helfen. Dann gibt er uns ein bisschen was. Ginseng. Ah, hier. Ah, ok. Ginseng ist hier. Ähm. Bestes in Deutsch. Äh, die Wurzel. Ingwer. Ingwer. Ingwer heißt sie. Ich habe es verd bio. Ich hätte viel gefühlt. Ich hätte ja nur dafür entspannen. Das würde es auszutauschen. Das bedeutet, dass es funktioniert. Gassen Sie mal die Reizeile. Es wird gut sein. Oh, in den Moment. ja nie. Diese Fähigkeit erhöht deine Gesamtenergie und zwei zusätzliche Beispiele. Großartig. Ja, bis wir einen guten Platz gefunden haben, ich denke, ich steig lieber aus. Wir könnten hier folgen und nutzen, aber ich denke, ja, wir wollen noch mehr erleben. Wir wollen die ganze Strecke mit dem, mit dem Fahrrad. Und wir werden das Spiel doch nicht in einer Stunde durchspielen. Und doch, da spielen wir es noch dreimal. Working Machups. Was ist das? Das ist Alex Klingeland. Oha. Hier ist was. Eine Rossi-Dose. Noch eine Rossi-Dose. Aha. Telefonkasten und Schlüssel. Oh, Geld. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Vielleicht findet man hier noch was tolles. Ich hoffe nur auf ein bisschen Geld. The key should be somewhere near the pole. Ach, ich wollte nur mal gucken. Sieht schlecht aus. Ja, hier. Wie kann ich sie dir geben? Wie kann ich sie dir geben? Die habe ich. Kann ich sie irgendwie hier? Kann ich die Kasten hier mit öffnen? Ah, hier. Ich will nicht lauschen, aber ich will lauschen. Ja, ich will die Kasten hier. Ich habe einige falsche Radiosmitters, um die Brigadier zu helfen. Der sogenannte Terrorist-Gruppe, der in 86-Bereich hat. Ich habe es falsch, Alex. Warte, warte, meine Eltern. Sorry, Junge, jetzt ist nicht die Zeit. Wir sprechen bald, okay? Ich promise. Hey, Moment. Er hat aufgelegt. Und jetzt? Ach, der Knopf. Es ist zu late. Er ist weg. Sorry, ich bin schwer von KB. Oh, damit ich mal ein bisschen dafür zu drücken. Aber er hat eher aufgelegt. Wie ist es klar? Tja. Hätte gern besser geholfen. Ich bin einfach ein bisschen frustratiert. Ich bin für die Info auf meine Bio-Parenten. Sie sterben, als ich jung war. In der Atache in 86. Aber ich habe nicht viel gemacht. Danke. Meine Mutter, ich meine Adoptive Mutter, hat gesagt, dass ich nicht herausfinden kann. Aber ich glaube nicht, dass ich sie nicht. Das stimmt. Es regnet schon ziemlich. Wir sind wie eigentlich. Ich habe den Karten noch gar nicht gesehen. Und wir spielen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, du bist richtig. All right. Are you getting enough to eat? You are, right? And you can come back whenever you want. You know that. I know. But I still have work to do. I... I hope you find what you're looking for. I miss you, Alex. Can they not be able to eat? And how are you? Oh, hang it in there. You know me. Look, I should go. Oh, already? I'll call again soon. I promise. I love you. Bye. Bye, baby. Okay, there's no police system. Come on. It's very difficult. Come on. It's cramped in here. I feel better now. Thanks for encouraging me to call. I don't want to escape myself. But I know a guy, who knows a guy, who knows a girl, who crossed using some secret tunnels at the border. I'm going to be honest with you. Personal hygiene is very important to me. I still have a few things to clean up around here. By the way, there's a cereal bar in my bag if you want. You look hungry. Oh, yes. Oh, and I can call you a taxi too. I hacked into a happy taxi, because I can and got some free ride vouchers. The taxi would be great. I think I'm going to go on the other side. I'll take the bus. I don't know if a taxi would be so good. Suge yourself, homegirl. And good luck on your journey, yo. Hope you reach 96. I wish you luck. I wish you luck. 7,5% of the bus to pay. Ah, no. I'm going to go on the taxi. It's as good as done. Hätte ich es trotzdem für keine gute Idee, aber naja, besser als es gleich mehr ganz geht für den Bus auszugeben. Fast da, 9 Kilometer. In Zuri verstehen wir uns bisher am besten. Juni 14 1996. Fast da, Fragezeichen. Wahrscheinlich nicht. Ich gehe zu einem großen Schritt zurück. Das wäre ziemlich kurz. Jetzt kommen wir nicht durch. Ich gehe zu einem großen Schritt zurück. Ich gehe zu einem großen Schritt. Ich gehe zu einem großen Schritt zurück. Ich gehe zu einem großen Schritt zurück. schon wieder jemand von der polizei verfolgt wenn wir von der polizei verfolgt hoffentlich nicht das ist ein schöner stein bisher geht es relativ gut also ich meine energie ist fit habe ich noch keinen großen schaden genommen eigentlich solide bisher aber wenn ich lieber mit der der soli noch ein bisschen mit dem lampfen wäre das war es wohl nicht ganz bisher machen wir den weg alleine ohne selbst wird wieder rebelliert haha Keine Rebellen-Gutschaft. Klingt ja sehr interessant aus. Können wir mal reinschauen. Das ist eine Zeitung. Ich gehe ins Licht. Oh, weia. Ich lasse nur die Straßen lang gehen. Hätten wir wahrscheinlich noch mehrere Wege gehabt. Hätten wir irgendwie den Walz durchgehen können und so. Und wir sind dann halt ganz, wie es ausschaut. Das ist ja noch, um dir nicht zu verholen. Ja. Okay. Pechock Ist das nicht der, der jetzt mitgenommen hat? Schmacken und Trinken? Das kann ich dir überhaupt nicht helfen Essen, Trinken, Minütchen haben wir es noch nicht so wirklich. Es gibt ein paar nicht vorher gesehene Bilder. Oh, nur Proof, dass die Regierung Explosiven auf der Mountain hatte. Ich hoffe, wir werden es später nicht bereuen, in den LKW zu gehen, das könnte helfen, über die Grenze zu kommen, aber das ist der erste Weg, und das ist der nächste Weg, dann lass mal die Lage pfallen, da ist die Grenze, und wird zu Fuß an der Grenze vorbeigekommen, das ist eine ... das weiß man nicht. Versuch es mal ganz naiv mir lang zu gehen Entriegt Fragen ob er mir hilft rüber zu kommen Es ist gefährlich hier Okay Okay Ich weiß nicht ob ich versuchen so mich rein zu Es ist so ein leichter Weg Dass das definitiv schief geht Es kann nur schief gehen Gipfelweg überqueren Hältig Für riskant Mit unzähligen möglichkeiten Lkw klettern Warte ich mal noch ein bisschen Hier sind wir überflanken Warte ich Warte ich Warte ich Warte ich Warum sollte ich Warte ich Warte ich Warte ich Okay, ich bin wieder weg, das wird nichts, nämlich Kolom nicht, das ist wohl ein sehr sicherer Weg, aber wird kontrolliert und man sei einfach nicht vorbei Gibt es noch einen Weg, oder nicht, mit 7 Dollar kommen wir hier nicht weit Dann würde ich mal versuchen, klettern halt für eine riesigbereiche Sache, hier einfach über den großen Das ist zu riskant Versuche es mich hier rein zu zwängen, auch wenn das wirklich riskant, noch riskant als die Berge ist I've been kept inside so long I've lost sight of right and wrong When you left an open door I couldn't help but explore It feels so good out on the road and on my own Waking up, no strings attached, no looking back from ocean Ways to desert skies and summer nights Yes, I know the road is my home I feel so good out on the road, feels so good out on the road I know the road is my home I know the road is my own